Hier sieht man richtig schön einen Sonnenuntergang. Es ist heute der 6. Dezember 2014 und es ist Viertel nach sieben ungefähr. Dabei ist hier auf der gegenüberliegenden Seite der Vollmond sichtbar. Da ist der Vollmond. Da ist er eben aufgegangen. Hier sieht man richtig schön den Mohl. Hinter den Blättern da. Das ist jetzt die maximale Zoom-Einstellung. Richtig schöner Vollmond heute. Jetzt will ich mich mal raus und hoffen, dass das Video euch gefallen hat. Leider ist da im Moment gerade, dass da hinten sind Windmühlen, die da blinken. Und hoffen, dass es euch gefallen hat. Zeigst mir den Daumen nach oben und teilen, kommentieren und abonnieren. Und bis dann.